Hallo und willkommen wieder zu einem etwas sehr späten Livestream. Ja, da ist mir da. Und willkommen mein eigener Stream. Sehr späten Livestream. Ja, ich kling vom Sound her gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann packe ich mir das wieder auf den zweiten Screen. Ich lasse den Titel jetzt erstmal denselben, weil wir werden wieder mit dem selben Deck spielen, weil ich die anderen nicht habe. Und anscheinend ist es so, dass der Free-Pull quasi einmalig ist. Also, ja. Bedeutet also, ich kann den gar nicht mehr kriegen für diese beiden Packs, was richtig scheiße ist. Vor allem, weil ich... Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Wir machen auf jeden Fall hier wieder weiter mit dem Deck hier, was nicht wie das Leideck ausschaut. Aber trotzdem die exakt selben Karten, wie das Leideck beinhaltet. Also ist es auch das Leideck. Nur halt nicht geliehen, sondern nachgebaut. Ja, so geht's. Warte, ich sollte mir vielleicht meinen Chat aufmachen. Oder was er da schreibt. Falls jemand in diesen Livestream reinkommen wird. Ich halte es ja eher für unwahrscheinlich. Aber naja, wer weiß. Wo kann ich mich nochmal selber sehen? Oder... Ja. Mein Discord will doch verreckt nicht anzeigen, wenn ich Livestream. Ich weiß nicht ganz warum eigentlich. Okay, ähm... Wir beschwören erstmal den hier. Dann specialen wir den hier. Dann aktivieren wir seinen Effekt. Wir werfen eine davon ab, weil ich nicht glaube, dass wir zwei brauchen. Hat er eine Ash? Oder hat er einen Maxi? Ähm... Das annuliert jetzt aber nicht, oder? Oder? Er hat ihm beschworen. Er darf noch enden. Ähm... Nächster heißt einfach mal nix dazu. Oh, die gehen wieder kaputt. Protokoll. Okay, er dann hätte ich extra sie wiederbelegung vielleicht noch nicht setzen sollen. Naja. Ja. Was will er entfernen? Natürlich die Bad Row. Ist klar. Das Monster ist ja easy. No more ones. Das könnte wieder ein sehr schneller OTK werden. Oder? Ja. Ach... Ja, gut. Das kann halt auch mal passieren. Na ja, gut. Dann greift mal alle an. Wenn das krass ist, diese Psy-Fieber-Hilter-Hilter-Hilter-Hilter-Hilter-Hilter-Hilter-Hilter-Hilter. Okay, sowie dazu. Es ist defeated. 50 Medaillen. Äh, egal. Wir machen weiter. Ich habe eigentlich nur noch heute und morgen, glaube ich. Oder übermorgen noch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ja. Also ja. Okay, jetzt bin ich zumindest second. Das gefällt mir mit dem Deck grundsätzlich ein bisschen besser. Ja. Aber ich habe aktuell ein Problem. Obwohl... Der Gegner auf den SEC-Moddeád-Zermanten-Timi... Wenn er einen Exit-Modde-Beffort hat, dann... Was vielleicht nicht unmöglich ist... Dann könnte ich den specialen. Es würde meine... Und zwar alle beide. Es würde meine Situation um einiges verbessern. Okay, der baut jetzt aber Cybertruck an Nova dann wahrscheinlich, obwohl der ist Stufe 5 und der ist 4, also das wollten wir nicht ganz sehen, aber ich glaube, er holt sich mal einen zweiten umdrehen, oder? Nee, okay. Er macht keinen Exceed-Monster an seinem Turn. Macht er jetzt einen Exceed-Monster oder nicht? Overlayt er die, oder lässt er die da liegen? Hat er nicht schon einen Effekt? Egal. Hä? Okay, was genau bringt das? Ist das jetzt auch wieder ein Surge oder so, oder was macht das? Auch wieder ein Surge, okay. Jetzt kann er wieder nicht overlayen. Aber... Was machst du jetzt noch? Okay, er zeigt mir den, äh, und den. Den darf er beschwören, aber er kann das immer noch nicht alles overlayen, weil das alles andere Levels sind. Und der ist sogar Stufe 0, äh, Level, ja. 0 ATK. Der ist was Interessantes. Opfer. Overlayt er die beiden jetzt, oder? Overlayt er jetzt irgendeinen davon? Oder lässt er die da liegen? Oder? Jetzt wirkt es sich aus, welche Exceed-Monster overlayt. Ich denke mal, dass das der Grund ist, warum das länger dauert. Anders könnte ich es mir jetzt nicht groß vorstellen. Oh, ich merke gerade, ich sollte meine Fans ein bisschen verlieren, ich muss nur sagen, wir gehen mal ein Toasty in meinem PC, aber ich glaube ja doch nicht. Hat er ein XC-Monster beschworen? Keine Ahnung, ist das es? Was kann das? Äh, falls diese Karte eine Photon-Karte als Material hat, dann wäre der da. Kann sie nicht durch Karten-Effekte zerstört werden, okay. Du kannst jeden Effekt des, äh, wenn der Effekt eines Monsters eines Gegners aktiviert wird, den Schnelle-Effekt, du kannst ein Material bei dieser Karte abhängen und umgekehrt den Effekt. Das Monster, das Monster, falls siehst du. Und falls es ein korrektes Material eine Galaxy-Karte ist, zerstöre die Karte. Während des Spiels ein kleines Gegners Schnelle-Effekt, du kannst es einfach tun, von deinem Deck nehmen und sie entweder in Hand oder als Material, okay. Okay, wir fangen erstmal so an. Eins. Eins. Ein New Responds. Was hat der Tenderly? Oder ich glaube nicht, dass er sich hier drauf aktivieren kann, oder? Oder holt er sich jetzt Material? Oder nimmt es sich nur auf die Hand? Weil das mit dem Effekt anordnieren geht ja nur, wenn ein Effekt aktiviert wird. Und nicht einfach so im Allgemeinen. Oder zählt das als Effekt aktiviert, um das ich gespecialt habe. Aber ich denke mal nicht, oder? Ich meine, so ein Special-Effekt aktiviert sich ja quasi in meiner Hand. Das ist ja eigentlich nicht dasselbe. Ja gut, wir warten mal darauf, dass er irgendwann fertig ist. Ist jeder Once Per Turn, oder wie ist das? Du kannst jeden der folgenden Effekte noch einmal vor Spiel zu verwenden. Aber das heißt glaube ich auch separat, oder? Ich denke es mal. Gut. Wow, den selber zu opfern will ja nicht mal was bringen. Also wird sich ja nicht mal so ganz lohnen, oder? Ja doch, obwohl tut sie es sogar wirklich. Ja. Gott, ich opfer ihn. Okay, das sagt mir auf jeden Fall, dass er das kann. Ey, warum wird denn der nur Stufe 5? Ich dachte, der wird mehr. Plus 4. Ach so. Okay, das war ja dann nicht so ganz genug, ha? Okay. Okay, da hat das nicht so viel gebracht. Er bringt das in Kombination mit dem da ja einfach gar nichts. Okay, ich könnte den seinen Effekt aktivieren, da würde er aber einfach ein Galaxie-Augenmonster abhängen und das würde den Effekt dann annulieren. Ich könnte mit ihm angreifen, er hätte aber nicht genug ATK. Also müssen wir jetzt das hier machen. Er wollte nicht unbedingt, aber... Ich möchte einfach das hier machen. Ah nein, den könnte ich auch so spielen mit dem da. Ich werde aber nicht den seinen Effekt nutzen, weil ich weiß, dass er den annulieren könnte. In anderen Worten. Jetzt greife ich den an. Der dürfte jetzt nichts gegen machen können eigentlich, außer er hat eine Fallenka. Natürlich hat er jetzt Spiegelkraft. Den annuliert er jetzt. Ja gut. Glücklicherweise ist das Monster im Friedhof. Also kann er jetzt nicht mehr groß was gegen... Also er kann es nicht mehr zerstören, weil das wurde es schon. Oh. Ah. I see. Der wäre also auch aufs Feld gekommen, wenn ich ihn zerstören hätte. Na gut zu wissen. Na ja, was soll man machen? Ich habe alle Karten ausgespielt. Gut, vielleicht hätte ich nicht alle Karten aufs Feld legen sollen. Aber ich hätte so oder so kein zweites Galaxie-Auftrag machen können. Also... Und ich hatte nicht so eine Spiegelkraft zu annulieren. Vor allem wäre halt jede Effektaktivierung von meinem Monster annuliert worden. Also... Da konnte ich einfach nichts gegen machen. Der hatte hier jetzt einfach ein besseres Deck. Oder bessere Karten dazu. Er hat auch glaube ich viel mehr X-Monster in dem Deck, kann das sein. Ja. Eindeutig. Ich frage mich, ob ich jetzt schlimmere Gegner habe, nur weil ich im Rank ein paar Gold-Tiers hochgestiegen bin. Aber ich bin ja immer noch in den selben Dingen. Also ich bin ja nicht in Platin gekommen. Also sollten eigentlich die Gegner nicht wirklich so viel stärker werden. Deswegen war sie nicht. Hier sind doch alle immer in Gold, oder? Ja. Gold 1. Ja. Aber ich kann doch auch immer noch Gold 4 lag kriegen, oder nicht? Normalerweise schon. Normalerweise muss ich nicht erst mal absicheln, welche Wank losen. Damit ich wieder Gegner kriege, die auf meinem Niveau sind. Ich beschwör den. Dann aktiviere ich seinen Effekt. Werfe... Ich finde, das ist die unnötigste Karte überhaupt. Weil, like, der einzige Stufe 6er ist doch der da. Und der kann das doch selber. Und ich würde fast sagen, ich verstecke ihn nicht mit der Zauberkarte, sondern ich rank ihn ab in den Stufe 9er. Weil der hat den Recursion-Effekt. Das heißt, wenn der stirbt, kommt der Galaxie-Augendrache wieder. Den Floating-Effekt, so nennt sich das. Wenn der stirbt, kommt mein Galaxie-Augendrache wieder aufs Feld. Und, ja. Und, ja, wenn mein Gegner ein Exit-Monster hat, dann kann ich damit... Oh! Phantom-Ritter! Ist das vielleicht ein Starterdruck? Oder... Structuralick? Ah. Oder wie auch immer das nochmal hieß. Willst du Exiten? Exiten 3? Ja, genau. Für den komischen... Genau den da. Was konnte der nochmal? Der konnte, glaub ich, irgendwas sehr gut. Er hat jetzt erstmal 3000 bekommen. Einmal Wurfspielzeug. Du kannst immer drei einfach dieser Karte abhängen. Und dann eine Karte, die du kontrollierst. Und eine Karte, die der Gegner kontrollierst. Du fehlend zerstöre sie. Falls sie sich als Exit-Verschwörung um uns schon grad zerstören würd. Du kannst... Zwei... Die Phantom-Ritter-Monster mit derselben Stufe. Der Friedhoffin beschwöre sie sich bis zum Schluss. Das wären die beiden, die er als Exit-Material hätten. Die könnte er dann bald zerstören. Er nutzt seinen Effekt, um mein Monster zu zerstören. Vermute ich jetzt mal, oder? Genau. Popst einen Effekt vor uns zerstört mein Monster. Dann aktiviere ich den Recursion-Effekt von meinem Monster. Und beschwöre ihn. Back to the Field. Wenn's ihm nix ausmacht. Ich weiß nicht, ob er wirklich dann den Crashen will. Das ist eine andere Frage. Hä? Seit wann ist denn die im Friedhof? Hat die jetzt einen Effekt für meine Beschwörung? Weil er hat ja sein eigenes Monster damit anscheinend getargetet. Es kommt wieder, ja. Ja. Okay, er crasht beide. Dann wird er aber seinen Effekt nicht nutzen können, oder? Ja genau, es sind zwei im Friedhof. Es ist ja jetzt nur einer im Friedhof. Damit kann er ja den Recursion-Effekt nicht nutzen. Oh. Aber derselbe hat einen Effekt. Ob der Sexy-Monster wieder zu holen? Fragezeichen? Ne. Außer was zu suchen. Dieses komische Schwert. Was macht denn das, wenn das normal gespielt wird und nicht im Graveyard? Wenn du ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählst... ...wähl der TK zusätzlich, was ist gewählt jetzt hier? ...kannst du zuerst nicht sie gerade zerstören. Es ist also einfach nur Protection. Okay, jetzt ganz ehrlich. Wohnlose Fallgrube, oder was? Spiegelkraft? Spiegelkraft? Nein. Scheiße, das bringt ihm ja mehr TK. Ich hab ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, was er ausgespielt hat. Scheiße. Stimmt. Die hat er wahrscheinlich einfach hingelegt, währenddessen ich sie durchgelesen hab. Ach mein Gott, Mann. Warum muss das immer so dumm sein? Immer so richtig dumm. Leider hab ich halt auch kein Follower-Play auf meiner Hand, so. Ich hab nur diese beiden Spiegelritter, die nicht viel bringen. Ja genau, wenn einst du kamst, dann stört er auf den Friedhof. Ja. Dann riskier ich, dass das auch wirklich passiert, also naja. So, und wieder zu einem. Dann hat der Effekt am Modierung eigentlich. Ich glaube nicht, aber... So bescheidene Ritter. Die sind's nicht wert, Mann. Die sind's echt nicht wert, diese Ritter. Weil die können halt einfach nicht wirklich was. Like, der in-Effekt-Trigger lässt, wenn mein Monster angegriffen wird. Was nicht ganz so oft passiert. Ich freu mich zu den Cypher-Monstern, weil wenn da ist das Galaxie... Wenn da ist der Drache draußen eigentlich, und nicht die einzelnen Cypher-Monster, die sind eher selten draußen. Ah ja, kriegt er noch einen ATK-Boost und dann macht das, was er abgerufen hat auch noch nicht. Nein. Okay. Achso, er legt aber noch einen auf die Friedhof, okay. Ich dachte ja nicht, dass er das einfach kommen kann, aber anscheinend schon. Ach, naja. Pff, ziehen wir alle Beine. Selbst wenn die aufs Feld kommen, ist das echt scheißegal. Kommen die jetzt aufs Feld, oder... Achso. Achso, die kommen dann von selber wieder aus dem Friedhof raus. Den Effekt hab ich nicht verstanden. Wenn ein Cypher-Monster-Sucker-Kampf-Zerstörer auf den Friedhof gelegt wird, ja. Oh ja, das ist definitiv hilfreich, ja. Einmal den Doppeldecker. Oh, das wars dann aber. Wow. Doppeldecker und zurück an die Front. Das ist kacke, weil ich den Doppeldecker nicht, oder? Nein. Kann, kann ich vergessen. Zurück an die Front würde ich aber noch aktivieren, weil ich muss Wallenkarten aktivieren. Also sobald ich den aktivieren kann, würde ich ihn dann gerne aktivieren. Was macht der jetzt schon wieder? Kann er Karten zerstören? Ich glaub nicht, oder? Was macht der jetzt schon wieder? Kann er Karten zerstören? Ich glaub nicht, oder? Was macht der da? Was macht der da? Was macht der da? Was macht der da? Und dann kann er noch nicht mehr auf den Weg nehmen. Ich hab' den da. Ich bin jetzt mit der Rufschwein, alter. War das schlau? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall eine Wand da stehen. Weiß nicht, ob das schlau ist. Wahrscheinlich nicht. Kann ich Schiff drücken, um in die andere Richtung zu gehen? Auf und Noto aufhören. Ne, nicht wirklich. Ne, Level-Curgeon-Effekt funktioniert. Jetzt leider nicht mehr. Ich kriege wieder einen Surge. Eigentlich sehr witzig, ich gebe mir noch einen Doppeldecker. Muss nur irgendein anderes Cypher-Monster ziehen. Dann kann ich zumindest wieder so einen Drachen beschwören. Normal oder Spezial? Ja, da machen wir Spezial, warum nicht? Hä? Ich muss mich gerade verarschen. Der heißt nicht Cypher. Der heißt nicht Cypher. Der heißt nicht Cypher. Der steht halt da. Pfff. Fauneut-Reboot-Beschwörung. Der heißt nicht Cypher. Das ist mir so beschissen. Mensch. Mensch. Schön, dass er sich so leicht rausbeschwören kann, dass er sich selbst nicht veracht macht, aber heißt nicht Cypher. Das ist ein ziemlich großes Problem, wenn es um den Effekt geht. Ach Mensch, Mann. Ich kann's da kribbelieren und ich zieh da. Ach, Tja. Weil er ja nicht weiß, was da liegt. Weil er ja nicht weiß, was da liegt. Und es ja eigentlich klar sein sollte, dass die Karte an sich nicht mehr wirklich was antun kann. Außer mir was zu Surge. das war kein Arreo-Effekt oder? das war ein Search-Effekt ja aber das war kein Arreo-Effekt oder? kann er das anhängen? oder was macht er jetzt? oder wo hängt das ab? everything's up okay also jetzt kein Material interessant er hatte ja nicht schon genug von diesen Drachen auf dem Feld keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung, über den da aber ich hab nix was ich an der was bashen könnte in seinem Zug wär auch komisch wir spielen einfach Monster im gegnerischen Zug warum denn nicht was? Totenbeschwörer ich wäre mehr als mit Zahlverschwörung von Friedhof in Ranglisten oder Event cool dann würden diese Wutbeschwörungen in den Trainier auch gelten ja das ist ja zumindest etwas ja das ist ja zumindest etwas ähm zweiter ich möchte auch in der Lage sein etwas zu klauen ich möchte zumindest die Opportunity haben etwas zu klauen weil es sich sehr selbstfragen anfühlt wenn ich es hinbekomme oh, Self-Decay ja zumindest gewinne ich dann wieder endlich mal gegen ein Self-Decay-Deck gegen ein Self-Decay-Deck naja wo kommt sein Damage habe ich das verstanden? nein, habe ich nicht habe ich gerade wirklich nicht er hat noch 4000 Leben ich versuche dann auf jeden Fall da durchzukommen wup 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 und wup kann ich eigentlich hm hm ich werde jetzt 6 Kau ja alles klar also ist er tot ja vielleicht hätte ich einfach Endface drücken sollen da hätte ich zumindest noch ne, da hätte ich gar keine Fallenkarte aktivieren können weil die alle irgendwie davon ausgehen dass man Gegner irgendwas tut naja hm ich muss ja noch Fallenkarte aktivieren lol ball ball the goal is the goal, huh the super goal oh, the super bowl ah schwarzes Loch gefällt mir grundsätzlich ganz gut auch wenn ich natürlich dann wieder nichts klauen kann wie oft ziehe ich die Karte eigentlich? ist hier wirklich dreimal im Deck? so oft soll ich die gar nicht ziehen so oft soll ich die gar nicht ziehen hallo Drachi ja bisschen guter Drachi bisschen guter Drachi ok ok Fremdenführer aus der Unterwelt interessant kann nicht als Synchroner Treffer hinter der ja, als nur ein Exitdex benutzt wird, klar so ich weiß jetzt nicht, ob das ein Exitdex oder Geschmack wäre, aber hey oh wenn ihr meint Entwickler Karagemutscher, Ritter da 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 ok ein Exit mit drei Monstern oder was machst du? oder aktiviert er nochmal von ja von dem einen, den er sich geholt hat mit dem Tour Guide Non-Effekt ein Exit mit drei Monstern was kann die? ähm kann nicht durch Kampf zerstört werden am Ende des Battle des Damage Steps falls diese Karte gekämpft hat du kannst dein Material von dieser Karte abhängen lege eine 10-Marke ok aber wenn ich gerade darüber nachdenke gehe ich irgendwie von aus dass das gar nicht so schlimm ist ich bin noch ein Doppeldecker lebe schlechteste Karte hier damit hole ich mir noch einen Doppeldecker weil das der beste Das ist der letzte Typ in diesem Link besser, oder? Hier sind beide Exil 8 Schauw Darf ich mit jemanden greifen? Ne, ich darf nur mit jemanden greifen. Jetzt habe ich LITUALLY jeden von denen auf dem Feld. JEDEN von DENEN. Damit hätte er jetzt vielleicht nicht gerechnet, oder? Ich habe mir auf jeden Fall seine Exide-Monster geklaut, was seinen Effekt komplett irrelevant macht. Und ja. Ich weiß nicht, ob es Sinn gemacht hat, alle zu beschwören, weil, like, ein schwarzes Loch, alle weg. Oh, okay, er macht ja Tourguide. Aber ich dachte eigentlich, dass der hier keine Down-Set hatte. Ist der End-Face-Fehl abgehängt, dass man dann hier halt die Kontrolle eines aufgeschlossen hat. Achso, ja, okay. Man kann also quasi mehr Ranne, wenn man einfach mehr Ranne abhängt. Ich sehe schon. Oh, die Karte hat auch noch Einfluss da drauf. Interessant. Ah, okay. Ah. Achso, da macht es eigentlich sogar mehr, als in mehr Stufe 4 der Monster auf dem Feld zu haben. Aber ganz ehrlich, man kommt mit dem Effekt nicht bis 8000 ATK hoch. Ich habe das ganze Mal wirklich vergessen. Da bräuchte man ein bisschen sehr viele. Weder ein Monster, das du kontrollierst. Hä? Warte mal. Dein Gegner. Ich wähle einfach mal den, äh, von denen habe ich mehr Ranne. Ja. Ja. Wenn genau ein Monster mit 150 oder weniger... Wenn genau ein Monster mit 150... Nehmen wir das da. Wenn genau ein Monster mit 150 auf deiner Spielwertseite beschworen wird. Solange dein Gegner ein offenes Monster funktioniert, beschwöre es viele Monster mit dem selben Namen wie das beschwörende Monster. Ihr ermöglicht die Zerbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck und deinem Friedhof in Angriffspositionen zusätzlich beschwört. Dein Gegner ist so viele Monster mit dem selben Namen. Und dem selben... Oh nein. Ich verstehe gerade nicht sogar... Also einerseits verstehe ich nicht so ganz, warum ich nichts beschwören durfte wahrscheinlich, weil Extratec da nicht zählt. Und andererseits bin ich mir nicht ganz sicher, warum seine Monster alle kaputt gegangen sind. Vielleicht ist das irgendwie deren Effekt. Kein Plan. Er hat auf jeden Fall Monster bei mir zerstört. Also wenn das sein Goal war... Hut ab. Hat er geschafft. Er hat sogar gepanisht. Er hat sogar gepanisht. Er ist lange um überlegen. Wahrscheinlich weiß er nicht, wie er meine anderen beiden Monster jetzt noch outen soll. Sonst weiß ich nicht, warum er so lange überlegen sollte. Können wir noch einen Turn haben? Ich werde es einfach bitte aktivieren. Aber... Naja, das will nicht ändern, weil... Der kommt wieder. Okay. Einmal pro Spielzug, wenn diese Karte als Ziel für Angriffe gewählt wird, du kannst dein Exilmaterial von dieser Karte abhängen. In diesem Spielzug kann diese Karte nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden und dein Gegner erhält den Kampfschaden, den du aus Kämpfen mit dieser Karte interessant wärst. Oder vielleicht hätte ich Ja drücken sollen, wenn du nur noch denkst. Scheiße. Den kann ich jetzt schon wieder machen? Den da. Achso, ich kann den als Material. Er braucht ja mindestens ein Material, damit ich das machen kann. Also, ja. Ich spiele mal noch in Stufe 4 Monster, was jetzt wahrscheinlich Stufe 8 ist, oder? Ja. Ich aktiviere jetzt seinen Effekt. Weil wir konnten den ja anhängen. Dann würden wir uns den wiederholen. Joa. Ich glaube, keiner hat durchschlagenden Schaden, wenn man sich hier entschündern. Oh. Scheiße, das hat wieder einen Effekt. Ich hätte den Effekt von der Karte aktivieren sollen. Mein Gott, Alter. Warum denke ich eigentlich nie daran, den Effekt von dem Ding zu aktivieren? Na egal, darf ich den Ding direkt haben. So viel zum Goal haben. Wieder 5000 Münzen. Ja, 5000 Münzen. Äh, 500 Münzen. 5000 Münzen wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann wäre ich aber schon fertig. Aber da sollte ich nicht unbedingt immer alle Monster rauspowern, weil es kann halt gut sein, dass ich nur einmal angreifen kann mit meinem Cypher Monster. Also von dem her. Sollte ich vielleicht nicht immer alle rauspowern. Also wenn er ein Xe Monster beschwört, dann kann ich die beiden benutzen, um in einen Drachen zu gehen. Ansonsten kann ich die anderen beiden benutzen, um in einen Drachen zu gehen. Das war das Set and Pass. Muss die Karte offen sein? Muss die Karte offen sein? Muss die Karte offen sein? Ein paar Spielzüge kannst du immer drehen mit dieser Karte rein, dann ein offenes Monster wählen. Ein offenes Monster, die Karte muss offen sein. Er macht seinen Monster ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil er einfach eine verdeckte Karte gespielt hat. Und sonst gar nichts. Es kommt mir ein bisschen Suspicious vor, muss ich sagen. Ich mache jetzt das allererste D. Und dann mache ich einfach den, ähm, den Stufe 9er. Weil er hat einerseits natürlich den Super Recursion Effect, der wirklich ein Haufen wert ist. Den hier. Er hat einerseits den Super Recursion Effect, der ein Haufen wert ist. Aber er hat ja nicht nur den Super Recursion, sondern auch den Effekt, dass er seine Karte zerstören kann, oder? Kannst du deine Karte auf dem FIFA wählen? Zerstöre sie. Ja. So hängen wir den ab. Go, 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 golem. Oh, oh mein Gott, das ist traurig. Es spielt, glaube ich, Utopia. Das ist natürlich traurig. Das könnte ich sagen. Was ist dein Gegner? Genau. Ich hätte jetzt auch nichts bessern können. Ähm... Machen wir ja einfach weg. War nicht unbedingt der perfekte Use, aber vielleicht hat er ja auch nichts anderes jetzt wirklich als Answer. Er will verlieren, glaube ich. Oder, weil der hat glaube ich auch keinen Weg, wenn er auf den Friedhof geht. Er denkt sich ja, jetzt ist eh alles wurscht. Da möchte ich ihm mal seine Trouble ersparen. Tschüss. Bis zum nächsten Duell. Mit Neck. Ich habe wieder eine Activation fallen. Er fallen gerade. Das ist doch super. J.K. Ruder. J.K. Ruder. Puh, da ging jetzt was in den Friedhof. Ui. Ja gut, dann establishe mal ein krasses Board. Hey, die war aber lange da. Okay, ja, pack alles in deinen graveyard. Du kannst es ja anscheinend von dort aus sehr gut benutzen. Ähm... Ja, so schaut's aus. Rechte Hand des Magiers. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Stack. Das habe ich noch nie gesehen. Also, einen Grass-Tack habe ich noch nicht so gesehen. Habe ich schon mal gegen einen Grass-Tack gespielt? Ich glaube, hätte ich gesagt, überhaupt nicht. Ich möchte super nachdenken können. Also, das finde ich auf jeden Fall ganz nice. Ich frage mich, was für ein Board-Dales establishen wird. Ich habe glücklicherweise die beiden Karten. Also habe ich jetzt nicht unbedingt Angst vor, was für ein Board-Dales establishen wird. Aber ich muss mit meinem fertigen Board auf jeden Fall mal jede Karte durchlesen. Theoretisch müssen wir auch jede Karte im Graveyard durchlesen. Aber wie jeder eine Gegend ist in seinem Fall als Graveyard. So, lass die aber aus. Hexenberg-Schöpfung. Ah ja. Jetzt muss ich erst mal Monster auf die Hand. Da la- Hö, warte, das ist das ganze Board? Eine Schadensberechtigung, falls dein Hexen-Monster gegen ein Monster ist gegen das Kämpf. Schnellweg, du kannst. Okay. Dein Gegner kann andere Hexen-Monster gegen die es nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Interessant. Das heißt also. Alliere den Effekt der ersten Zauberkarte oder des ersten Zauber-Effektes deines Gegners. Okay. Einmal pro Spielzug. Okay. Was ich mich grad frage, andere. Das bedeutet aber I. Darf ich schon wählen? Denke ich mal. Er darf die erste annulieren. Ich würde fast sagen, ich aktiviere als erstes Schwarzes Loch. Dann würde sie annulieren. Jupp. Dann aktiviere ich Blitzsturm. Die dürfte jetzt nicht mehr annulieren, oder? Oder hat er noch was anderes dort liegen, was Zauberkarten annuliert? Nope. Dann beschwöre ich Cypher-Flügel. Beschwöre damit Cypher-Doppeldecker. Hä? Aber hier steht nur, falls gekämpft. Also was kann er jetzt aktivieren? Oh nein, nicht dein Ernst. Naja, aktiviert was von Gravyard. Hm. Ja, keine Ahnung. Alter, millt der grad viel. Annuliert der jetzt meine F-Anne? Ja. Okay, er hat noch eine gehangen. Hilfe. Darf ich auch wieder was machen? Warum bist du nicht noch ein Gold, wenn du so ein krankes Deck spielst? Er scheint ihn nicht zu annulieren. Und was passiert? Er spielt noch ein Monster. Okay. Oh, wait a minute. Nicht dein Scheißers. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt keinen von beiden targeten kann. Das muss ich jetzt ausprobieren. Das Spiel wird's mir ja sagen. Das Spiel sagt, wer den Effekt aktivieren kann. Und wenn ich ihn nicht aktivieren kann, kann ich niemanden targeten. Kann er jetzt den Effekt mit Abwerfen und Spell aktivieren? Ja, ich kann den Scheiß-Effekt nicht aktivieren. Ah. Ich könnte ihn beschwören und dann zwei abhängen. Dann wäre er zumindest gegen alle Effekte immun. Ich probier mal das da. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt nicht, bevor ich die Abhängen machen kann, noch einen Effekt aktivieren kann. Weil der andere Effekt vom Level 9 wäre, glaube ich, auch Targeting, oder? Mählen, also Targeting. Kann er jetzt daran auch ketten? Ja. Kann er jetzt daran auch ketten? Ja. 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 Und das, was ich jetzt hier aktiviert habe, sollte er eigentlich dafür sorgen, dass er nicht wirklich was machen kann. Ja. 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 kinda. Ja. Ja. hat. Ich müsste ja protected sein. Ja, was willst du denn? Ich müsste doch protected sein. Du kannst mal mitraben. Abhängen. Deine Gegner können alle Lichtmonster, die du kontrollierst bis zum Ende des Spielzuges deines Gegners nicht als Ziel für Garteneffekte wählen. Ich meine, ja, das ist keine komplette Immunität. Okay, zeig mir doch gleich deine ganze... Bitte, Wes. Ich habe mir den Effekt von ihr nicht ganz durchgelesen, das stimmt. Versteckt da nur andere? Ne, der versteckt da alles beides. Was zur Hölle. Was soll ich da gegen Bitteschön machen? Was soll ich da Bitteschön dagegen machen? Was zur Hölle. Ich kann, ich kann niemanden betargeten. Was zur Hölle, Mann. Spiegelkraft. Was? Die Karte wurde nicht annulliert. Die Karte wurde nicht annulliert. Also hat er wahrscheinlich Eigentlich ist sich einfach, ähm, also konnten sie dann Monster wahrscheinlich einfach nicht zerstört. Das ist das Einzige, was eigentlich Sinn ergebe. Weil die Karte wurde eigentlich nicht annulliert. Oh, wir haben ja schon fast eine Stunde. Also ich hätte gedacht, es würde ein bisschen besser vorangehen mit meinen Punkten. Wie gewinn ich nicht mehr so oft? Haben die jetzt alle bessere Decks assembled oder was? Hier, der ist Gold 5, der ist niedriger in Gold. Das wird umgehen. Ich hab keinen Bock mehr, so ein Deck zu bauen. Nicht nur das, ich hab nicht mehr Geld. Scheint, deswegen will ich keins bauen. Ich darf als erster, ja, vielen Dank auch. Ja gut, wenn es danach geht. Jetzt zurück an die Front. Ah, ich kann. Und dann baue ich den Galaxie-Augendrachen Nummer 9. Der Effekt von Level 10 hat mir vorhin literally gar nichts gebracht. Aber ich mein, woher soll man es auch wissen. So, legen wir den Twin-Twister da hin. Falls ich was zerstören will. Keine Ahnung. Gucken wir mal, was er für ein Deck hat. Der hat auf jeden Fall Trisch oder... Interessant. Das finde ich scheiße. Weil er einfach zurück an die Front zerstört hat. Und ich es halt auch gar nicht aktivieren konnte, weil ich nur nichts im Friedhof hatte. Vielleicht hätte ich meinen Effekt einfach aktivieren sollen, aber... Dann müsste ich was zerstören. Das ist auch doof. Ich hätte es jetzt nicht wirklich forsten können, dass ich was im Friedhof gehabt hätte. Okay. Ich bin mir nicht 100% sicher, was das für ein Monster war. Bitte was? Ey du, wenn das alles ist, was du setzt... Dann aktiviere ich jetzt aber Twin-Twister und mache es weg. Weil, ganz ehrlich... Ich meine gut, ich hätte seinen Effekt nutzen können. Er wäre vielleicht besser gewesen dafür. Ja, sein Effekt wäre vielleicht wirklich besser gewesen als Twin-Twister. Obwohl, ich weiß nicht. Weil das Ding ist, Twin-Twister habe ich halt noch in seinem Zug aktiviert. Das bedeutet, dass er konnte die Falle wirklich nicht benutzen. In meinem Zug hätte er noch chained können. Und dann wirft er noch eine Karte ab und dann zieht er eine Karte. Ja. Okay, und jetzt im Friedhof kann der die wahrscheinlich werden. Ja. Dann hole ich den normalen Galaxy-Urgendrauch und dann wieder zurück, wenn du mir meinen anderen wegschmeißt. Das ist jetzt wieder eine Falle einfach, okay. Bauen wir den anderen. Ich muss zwei abwerfen, um seinen Effekt zu aktivieren. Den kann ich also jetzt nicht mehr aktivieren. Aber ich baue ihn mir trotzdem mal. Auch wenn ich seinen Effekt nicht aktivieren kann. Okay, wir kommen durch. Also er muss sagen, bislang hat er nicht so viel Fight aufgepuddert. Er hat mich definitiv etwas genervt, er hat beim Monster gesprengt und so. Aber man sieht, bislang hat er nur Schaden erlitten. Jetzt hat er nur 800 Dekar. Er hat Lebenspunkte. Und ich kann nicht einmal meine Fallenkarten aktivieren, weil die immer kaputt macht. Aber dafür macht er dann nichts anderes. So gefühlt. Du könntest wahrscheinlich seine Abwurfs-Schnellen jetzt nochmal machen, oder? Weil er hat ja jetzt einen Monster im Friedhof, was er verbannen kann, oder? Das ist ja Finsternis. Und das war die einzige Bedingung, oder? Was ist der Monster von dem Unterweltler? Der Bartes ist ein Drache, oder? Nee, doch, das ist ein Unterweltler. Du kannst ja mal sagen, der Unterweltler von deinem Friedhof verbannen. Achso, ja, das kann er nochmal machen. Und da er denselben auf der Hand hat, kann er mein Monster nochmal crashen. Was schlecht ist, weil ich gerade kein neues beschwören kann. Ist also die Sache. Ich fände es gut, wenn er dann auch Schaden erhaltet. Okay, Nessie. Spielt er zumindest mal was? Spielt die Dangerous. Ach, die bleibt im Vailbjord. Okay. Kann er den Beschwören, den es sich gerade gegeben hat? Achso, Bigfoot ist auch einer der Dangerous. Kann er jetzt beschwören? Keine Ahnung. Der hat 3000. Das ist echt nicht so gut. Huhuhu. Okay. Das ist kacke. Vor allem, weil er liked ein bisschen Burn oder war tot. Aber ich habe jetzt keinen wirklichen Burn mehr. Warte. Lege eine Karte von deiner Hand. Ja, wie ist denn? Okay. Das ist aber der Fallen-Karte. Eine Cypher-Karte. Er ist definitiv more generic. Den will ich eher in meinem Friedhof haben. Weil der ist more generic. Aber wenn der in meinem Friedhof ist, kann ich mir den anderen geben. Ein Witzbold. Ein Witzbold. Ein kleiner Witzbold. Gebt er mir den wieder auf die Hand. Mein Gott, Mann. Dann muss ich halt wirklich im nächsten Zirk Dwarlock haben. Falls er mich nicht jetzt schon umbringt. Na, er könnte natürlich irgendein 2000er aufs Welt verpacken. Ja, der wäre genug. Aua. Aua. Hör. Er nimmt er wieder auf die Hand? Der hätte auch gereicht, aber okay. Hä? Was bringt dir der Effekt davon jetzt noch? Achso, du weißt einfach nur eine Karte sehen. Ja, gut. Weil's er stören kann, dann müssen wir ja nix mehr. Oder was macht der jetzt? Will sich selber noch mehr boosten. Als wenn das jetzt nicht schon benötigt wäre. Achso, der kommt sogar wieder. Ist ja witzig. Da wurde sich keine Entwürfe, sondern ein D-Cup. Warte mal. Oh, Charmah. Oh, Charmah. Ja, gut. Dann schmeißen wir den auch noch auf den Friedhof. Ja, von mir aus. Wie er dann auf einmal alles voll beschwört hat. Was zur Hölle, Mann. Was war das? Ich war voll am Siegen und dann poppte er auf einmal auf. Like, was zur Hölle? Was war denn das für ein Comeback? Äh, was ist denn so? Trick to Ben. Okay, Mr. Ben. Mr. Ben. Trick. Zwei. Ben. Wie sie sich ja nennen. Zurück an die Front. Bohnenlose Fallgrube. Nix weiß, sie wiederbelebung. Äh, wiedergeburt. Und. Ja. Genau, das sind die Karten. Und er ersetzt ein Monster Ballet. Ich riskiere nix. Er kann irgendwas aktivieren. Das macht mir Angst. Maxi. Der größte Gag ist, ich werde ihn spitzabschwören. Oh, der Stein. Da war das definitiv ein guter Call. Weißt du, der Witz ist, der kann sowieso nicht direkt angreifen. Das habe ich aber, like, komplett vergessen. Der steht ja jetzt einfach nur, der steht da jetzt einfach nur, men-sing-li. Oh, mein Gott, man. Dann war es vielleicht doch nicht so wert. Weil es noch in meiner Endphase ist. Es ist immer noch in meiner Endphase. Manchmal riecht es mich wirklich auf. Warum passiert dieser Effekt nicht erst in seiner Dwarfase? Nein, in meiner Endphase, damit ich nicht mehr responden kann. Obwohl mein Turn eigentlich fertig ist. Also. Naja. Gefahr, Donnervogel. Wieder so ein Danger-Deck. Ganz ehrlich, da habe ich mich schon am Verlieren gefühlt. Mach lieber das hier. Weg mit dem. Der hat 2000. Da kommt über den gar nicht drüber. Gefahr, Bigfoot. Kommt er jetzt trotzdem wieder? Nein. Aber darf ein Monster crushen. Oh, das ist witzig. Weil ich zurück an der Front da liegen habe. Geilerweise bringt das nicht so viel. Weil er Verteidigung wiederkommt. Und der Verteidigung hat halt nicht mehr Ankraftat auch nicht weg. Das ist das Emotion. Hauptsache ich habe ein paar Ballenkarten aktiviert. Hauptsache das. Also wenn ich relaxiere auch noch habe, schwer angebräuchte ich, äh, ja. Das hilft wirklich nicht so wirklich. Okay, vielen Dank. Okay, vielen Dank. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Das komische Blue-Eye-Deck. Mein gut, das geht, glaube ich, eher um Wank-Aid Monsters. In der Theorie könnte er auch die Galaxie-Org-Monster drin haben, weil, like, zwei Monster Stufe 8 sind ja generisch. Und da hat er schöne generische Drachen dort auf dem Feld liegen. Also 100% den da. Den sein Effekt ist jetzt einfach zu wichtig. Ich muss jetzt noch ein anderes Cypher-Monster ziehen, damit ich ihn natürlich auch nutzen kann. Danke, Spiel. Ich ziehe aber nochmal Cypher-Bit. Ich meine, ja, ich möchte Fallenkarten benutzen, aber, like, ich habe kein Monster auf dem Feld, wo ich die Cypher-Bits dranhängen könnte. Also, bringt nicht so viel. Wirf eine Karte ab, fügt dann nachhand einen Drachen hinzu. Echt, holt er sich dann? Ne, zwei Drachen. Ja, ja, gut, dann holt er sich alle beide. Blue-Eyes und alternativer Blue-Eyes. Damit er Alternativen spielen kann. Oh, oder auch nicht. Er holt sich Alternativen. Wie normal, Blue-Eyes hat er das wahrscheinlich schon auf der Hand, oder? Ja, hat er. Normaler Blue-Eyes, alternativer Blue-Eyes. Dann verband er noch zwei Monster und spiel ich den anderen. Aber klar ist es noch nicht. Ein Light- oder ein Dark-Monster. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann er das auch gar nicht. Vielleicht auch was. Oh, Hexe hier. Warte, was? Will der nicht angreifen? Wahrscheinlich schon angreifen. Schau mal, was die Tante jetzt macht. Aber mit der kann er nicht angreifen. Außer sie kann eine Verteidigung angreifen. Solche Monster gibt es teilweise auch. Außer, ich weiß nicht. Der hat 0... Du hättest mich besiegen können, aber anscheinend wolltest du nicht angreifen. Nicht dein Ernst. Du, manchmal brauche ich einfach nur Galaxieaugenmonster, Mensch. Kennst du das, wenn mein Galaxieaugenmonster bräuchte? Kann ich dich zerstören oder geht das nicht? Wow. Finde mich verarscht. Genau deswegen mache ich jetzt eine Tributbeschwörung, weil ich mich verarsche. Ich habe aber nichts gezogen, um ein Cypher-Doppeldecker zu spielen. Und dabei hat das Deck eigentlich nicht so viele Cypher-Monster drin. Ja, vielen Dank. Da war jetzt auch voll das Problem. Kann mich trotzdem noch nicht besiegen. Außer packt noch ein anderes Monster aufs Feld. Obwohl ich mir eigentlich selber Schaden gemacht habe, weil ich da reine Eingriffe hatte, weil ich das nicht erwartet hätte. Jetzt kann er noch einen aus dem Extra Deck holen, oder? Drachlubion. Sehr interessante Karte. Dass die einfach so Exit-Monster sich aus dem Extra Deck gönnen können. Schon. Interessant. Du mal C107, Neo-Galaxie-Augen. Tachphynodrache? Oh, der hat genug ATK. Oh, der hätte es eigentlich schon einen Turn früher beenden können, wenn er einfach mit sein würde. Aber ich weiß halt auch angegriffen hätte. Anstatt nicht anzugreifen. Und lieber erst zu Exit. Oh mancher hatte Angst vor dem Mobile Force. Die ich halt leider nicht hatte. Da, ich hatte nur zwei Fallenkarten, die mir nichts gebracht haben. Weil ich keine Galaxie-Augen Exit-Monster rausbekommen habe. Dadurch konnte ich die Karten gar nicht nutzen. So bescheuert. Okay, ich bin wieder der Erste, wie ich sehe. Okay. Na dann, let's go. Er scheint keine Handraps zu haben. Zumindest aktiviert sich nichts. Aber vielleicht hat er einfach nur auf Ort geschaltet und schaltet es dann an, wenn er weiß, dass er reagieren muss. Oder wenn er nicht weiß, dass er reagieren will. Bei ein bisschen tut er ja nichts. So, wir ranken einer. Bodenlose Fall, du ober. Eins, weil sie wieder bewege. Ein Phase. So. Ah. Erstmal was kriegen. Oh, das ist ein Self-Decay-Deck. Könntest du bitte ein Monster spielen? Ich will meine Bodenlose benutzen. Also, er hat ein Monster gespielt, aber ich war nicht mal in der Lage, meine Bodenlose zu benutzen. Hätte er jetzt vorher gespielt. He- Tipp. Hata. Der gute alte Hata. Okay, meine Spiegelkraft. Ein schwarzes Loch. Den kann ich specialen. Und dann bin ich etwas begrenzt. Hä? Ach so. Er sorgt dafür, dass er seinen nächsten Dwarf Phase eine Karte mehr zieht. Das war alles? Ja okay, ich sag immer nichts dazu. Die Bodendose? Nein. Die Richtigkeitseil verfügt bis dahin, aber ganz ehrlich. Ich kann dem Zuge eh nicht exeiden. Greifen wir einfach. Ach stimmt, kann er ja gar nicht. Er steht da. Menacingly. Er steht da. Menacingly. Das ist nie so in der Form der Fall. Er zeigt nochmal dafür, dass er zweimal zieht. Ich check's nicht so über uns. Ne. Checken tue ich's nicht. Nein, gleich ja. Okay. Ich setze Sturm-Cypher. Ich nutze den Effekt von Cypher-Stügel. Und beschwemme hier Galaxie-Augen-Drache. Normalerweise. Wenn er schon gar nichts macht. Soll ich jetzt auf die Vercursion gehen? Oder auf den da. Ich mein, der hat halt den Vorteil der Protection. Ich hab immer wieder das Gefühl, dass die Protection gar nicht so gut ist. Weil sie protect ist halt nicht gegen alles. Also, weil ich gegen Spiegelkraft würde sie nicht protecten. Und eigentlich auch gegen alles mögliche an. Da bringt mir die Karte auf der Hand überhaupt was. Ich lass den mal auf der Hand. Ich greife mir immer für 3200 an. Spiegelkraft. Schein. Okay. Ich glaub ich kann ja einfach gewinnen. Wo ist es nicht? Die Tatsache, dass er bislang nicht mehr gemacht hat, als er sich jeweils 2 Dwarfs zu geben. Denk ich mir halt schon so. Like, äh. Okay. War jetzt irgendwie nicht so besonders. War jetzt irgendwie nicht so überzeugend. Sich jeweils 2 Dwarfs zu geben. Ähm, du, ich kann glaub ich nur auf eine Karte zerstören, oder? Die du kontrollierst. Ja lol, die Karte bringt noch nicht mal was, wenn er kein Exit-Monster hat. Kann er jetzt hier was machen? Macht er hier was? Ja. Kann er jetzt hier was machen? Macht er hier was? Ja. Äh, shut up, go. Okay. Ne, ich hab keinen Search-Effekt bis lang getätigt. Ja. Ich greife es trotzdem mal an. Was denn da drunter? Es ist literally nichts passiert. Ich spiel den nicht. Vielleicht wieder noch ein Exit-Monster. Ah ja, und er wird wieder normal. Das ist gut. Wenn ich doof mehr verbinden, Blob, Droplet, Prallei bleiben würde. Was ist denn eine Karte eigentlich anders als eine verbotene Lanze? Dass ihn ein Monster schwächt, anstatt zu stärken, oder wie ist das der Unterschied? Ah, okay. Jetzt kann er was machen, weil er die andere im Friedhof hat. Warum musste er dann das Dingens annulieren? Das war total eigentlich scheißegal. Okay. Ich kann die beide nicht. Hallo? Achso, weil die nicht genug ATK haben. Stimmt. Aber zwei. Er hat jetzt nur einen Exit-Monster. Also dürfte er das noch nicht machen können, was der Effekt hier sagt. Äh, du kannst zwei gefühlte Ungeheuer Exit-Monster wählen, aber hat er jetzt nur eins. Das ist auch viel zu wenig ATK. Das ist voll der Witz. Viel zu wenig ATK. Dass ich irgendwas machen kann, was zu Ende machen. Jetzt sind wir die ATK für Bodenlose. Was macht denn das jetzt? Füge dann Hand ein. Stufe 1, okay, die fügt sich jetzt wieder eine. Oh, die fügt sich jetzt wahrscheinlich wieder die da einzeln. Oder... Oder irgendwie... Macht er irgendwie wahrscheinlich nochmal exakt dasselbe. Und da ist jetzt zwei auf dem Feld und dann kannst du ihre Felsabagate benutzen. Vielleicht wird der Ungeheuer Meister wählen, die die Felsabagate hängen. Ist ja alles Material. Hä? Okay. Geist, weil ich die verdeckte Karte mal zerstöre. Ich weiß es gerade nicht. Da hat er nichts gemacht. Okay. Insgesamt habe ich jetzt genug ATK um ihn zu besiegen. Warte mal. Oh. Jetzt sehe ich... Oh, ich kann ihn aber anscheinend nicht targeten, weil ich kann den Effekt von dem her nicht benutzen. Das ist ja interessant. Was mache ich dann? Kampfschaden, den ich Ihnen hinzufüge, wird auch mir hinzufügt. Ganz ehrlich, eigentlich ist mir das scheißegal. Von mir aus erleide ich den Kampfschaden jetzt auch. Aber er doch auch, oder? Oder? Er erleidet du jetzt 3.000 Schaden? Ich erleide 3.000 Schaden, oder? 2.000 Schaden haben wir alle beide, ja. Und dann greife ich jetzt das 3.200 für Game an, oder nicht? Oder was macht er jetzt? Ja, nix macht er. Er hat keinen Kampfausständer. Jut. Ich find's zwar ein bisschen target, dass sein Deck halt in keinerlei Hinsicht in meine Fallen reingespielt hat. Überhaupt nicht. Er hat nix gespielt mit dem wir angegriffen haben. Alles was er gespielt hat, hat viel zu wenig ATK gehabt. Das ging schon ein bisschen auf den Sack. Ich hatte zwei Superfallen da liegen. Wollte eigentlich schon mindestens eine von ihnen live sehen, aber nein. Erster Gelegen haben die im Jahr nicht. Höh. Naja. Warum bin ich eigentlich immer Erster? Ich will nicht Erster sein. Vielleicht ganz und gar nicht. Wow. 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 Wollte. Ich platziere sie trotzdem mal. Keine Ahnung. Vielleicht kleidet er jetzt meine Backroar komplett. Das wäre ja nicht unmöglich, aber was soll man machen? Ich will sicherstellen, dass er, falls er, keine Ahnung, einfach nur eine Spell, eine Removal hat, er vielleicht nicht beide, er vielleicht nicht die Spiegelkraft entfernt, damit ich zumindest seine Karte habe, die live ist. Direkter Turn 1. Oh. Utopia Deck, okay. Das ist okay, damit kann ich arbeiten, ja. Damit kann ich definitiv arbeiten. Vor allem, weil bei einem Utopia Deck, also es ist die Frage, ob es jetzt das Neuvertragsuniversum ist oder ob es jetzt ein direkteres Utopia Deck ist. Er hat sie auf jeden Fall Rangaufstieg geholt, also möchte er Utopia gleich aufranken. Definitiv. Er hat, glaube ich, keine Spell Removal da drin, aber er hat Möglichkeiten, das Monster vor Effekten zu protecten. Das kann er. Und ich kann seinen Monster erst zerstören, wenn sie angreift, also ja. Jetzt darf er sich, glaube ich, was surgen, oder? Überhoffneterweise war doch, glaube ich, so. Mhm. Utopia an sich hat noch keine Effekte, außer den Surge-Effekt. Genau. Okay, jetzt tut er das Aufwengen. Also was wengt da Utopia auf? Ich glaube, keiner von denen hat grundsätzliche Protection. Aber es kann sein, dass eine von den Karten, die er ausrüsten will, eine Protection ist. Und es scheint ein Vertragsuniversum zu sein. Utopia-Strahl. Ah, ich bin wirklich erschüttert. Wie jetzt? Was für einen Effekt-Monster willst du wählen, oder machst du jetzt? Ich wusste jetzt halt wählen, okay. Achso, das war ein allgemeiner Schnelleffekt. Die erste Fallenkarte. Scheiße, annulliere die erste Fallenkarte. Er kann meine Spiegelkraft damit annullieren. Ich kann sie aktivieren, aber er würde sie annullieren, also nein. Weil ich dafür sorgen kann, dass ich... Annulliert sein Effekt. Ah, du, der ist glaube ich erst im Graveyard live. Genau, der ist erst im Graveyard live. Also das bringt dir halt literally gar nix. Und auch so eine. Da kann ich zumindest eine von beiden benutzen, und den hab ich schon. Oh, mein fucking goodness, man. Wie soll ich denn hier rauskommen, was zur wille, man? Ja, du siehst mir nichts. Gar nichts. Niedernade niente. Oh, okay. Ich kann ein Monster zu einem Cypher-Monster machen, was kein Cypher-Monster ist. Das ist wahrscheinlich der starke Effekt von der Karte. Das ist wahrscheinlich das, worum er sich spielt. Weißt du, das Ding ist, er annulliert die erste Fallenkarte. Ich hab hier Fallenkarten drinne, mit denen ich sagen kann, ja, ich aktivier die und dann kann ich das da flippen. Aber er kann wahrscheinlich die erste Zerstörung auch protecten, oder? Doch Krampfzerstörbe ist er jetzt nicht... Jawohl, doch Krampfzerstört. Also vielleicht würde er das aber gar nicht machen können. Ich guck mal. Durch einen Karten-Effekt zerstört, ist er jetzt nicht zerstört. Okay, er hat definitiv ne Protection, also selbst Spiegelkraft für die nicht zerstören kann. Ich geh jetzt mal davon aus, dass er auch aktuell nicht mehr Targetable ist, oder? Oder nicht? Ne, aktuell ist er, glaub ich, immer noch Targetable. Ich glaub, das hat er noch nicht weggekriegt. Er hat noch nicht dafür gesorgt, dass er durch Schlangen Kampfschaden macht. Spiegelkraft. Spiegelkraft. Weißt du, der Witz ist ja, er ist ja von der ersten Fallenkarte unberührt. Und genau deswegen hab ich sie ja noch nicht aktiviert, weil er ist ja unberührt. Einen zweiten Angriff durchführen. Und jetzt hat er 10.000 Punkte. Krass. Ja, von mir. Der wird dann schwächer? Okay, von mir wird der schwächer. Oh, aber der ist, glaub ich, nur gegen Monster der extra Angriff, weil ich so drüber nachdenke. Oh my fucking goodness, man. Kann wieder direkt nach Monster in der extra Monsterszone angreifen. Bleibt von Monster-Effekten unberührt. Die in der extra Monsterszone aktiviert werden. Kann ich durch Kampf mit einem Monster in extra Monsterszone zerstört werden? Oh my fucking goodness, man. Das ist so genial. So genial. Ich aktivier mal Doppelverflüchte. Oh mein Gott, das ist so genial. Ganz ehrlich, der wird das jetzt angreifen. Und nachdem er es angegriffen hat, ähm, wird er seinen Schnelleffekt aktivieren. Und dann ist wieder alles egal. Scheiße. Schade. Ich hätte ihn gern Fluchen singen, aber... Ja, der ist ein Schnelleffekt, also wird er nicht fluchen. Äh... Ich hätte aber wirklich gerne Fluchen sehen. Naja. Oh, er ist halt ein zweites Monster, so viel dazu. Mit dem greift er jetzt wahrscheinlich zuerst, dann kann das sein. Ja. Jetzt ist es nicht mal relevant, was den Effekt des Monster hat. Ach, naja. Schade. Sehr, sehr schade. Ich hatte einfach nicht so eine gute Hand. Er hatte einfach anscheinend die göttliche Hand. Wo er direkt auf den Leo gekommen ist, und er dann einfach direkt mit allem Möglichen ausrüsten konnte, was hingegen alles Mögliche immun macht. Ich mein, gut, eine Sache macht ihn nicht gegen Fallenkarten immun, aber die erste Fallenkarte zu agieren ist fast das Gleiche. Der Gegner müsste zwei Fallenkarten, die die Karte haben, damit er gegen das Monster hat im selben Zug, damit er quasi dagegen ankommen kann. Ah, die Hand kommt mir sehr, sehr familiar vor. Und irgendwie kommt es mir auch nicht so gut vor. Ah, ja. Stimmt, ich musste ihn seinen Effekt aktivieren. Jetzt sind die beiden Stufe 8, jetzt kann ich sie beide overlayen. zu dem hier. Genau. Und jetzt overlay ich sie beide zu dem hier, wenn ich aber den Precursion Effekt habe. Und dann spielen wir Bottomless, Spiegelkraft und die Karte, die mir nichts wert ist. Und ich will hoffen, dass er die Karte, die mir nichts wert ist, zerstört. Wenn er was zerstört. Schauen wir mal an. Der Dark Kaiser. Ob der Dark Kaiser was zerstören wird. Ich glaube, er kann seinen Effekt jetzt nicht mehr resolven. Weil ich glaube, der Effekt wird nicht im Banished Pile resolven, oder? Oder doch. Anscheinend wird er auch noch im Banished Pile resolven. Also wieder so. Trotzdem wollte er ihn, glaube ich, nicht dort haben, oder? Oh, danke. Ich nehm gerne einen Monster. Das kann ich mit dem anderen Monster zur Stufe 8 machen. Kennst du das, wenn du den kienerischen Monster überlagerst? Oh ja, das macht immer Spaß. Ah, was kann denn der? Oh. Was macht er weg? Meine Monster? Oder meine Zauberfeinkarten? Eine davon kennt er ja schon. Er muss anscheinend länger überlegen, was mir jetzt Sinn ergibt in seinen Augen. Er hat sich für die Monster entschieden. Ja. Nur Cyphers Recursion-Effekt. Um ihn wieder zurückzubringen. Okay. 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 Darf er auf jeden Fall beschwören, oder? Ja. Und er darf den Effekt von einer Zauberfeil der in Friedhof ausführen, wenn er 1000 Lebensrunde zahlt. Ich weiß nicht, ob er eben das wert ist. Warum hat er mir den gegeben? Was bringt ihm das? Hm. Tut er den Monster reborn? Aktuell hat er nicht genug ATK. Um gegen den hier rüber zu kommen. Ich glaube, er ist der größte Witzbold, oder? Und er gibt sich noch... Und dann macht er noch mal das, ne? Und er gibt sich noch... Und dann macht er noch mal das, ne? Er nimmt sich jetzt literally mein Monster. Ja, gut. Nimm dir meinen Galaxieaugendrache. Du wirst sicher ganz, ganz viel Spaß mit ihm haben. Glücklicherweise hat er kein Material sonst. Puh, sonst hätte das vielleicht ein bisschen weh getan, ja. Kannst du dagegen was machen? Er kann noch ne Zauberkarte aktivieren. Hat er eine, die das annulliert? Ey, ne Fallenkarte? Ja, okay. Aktivieren die Fallenkarte. Annulliert die. Oder macht die noch was anderes? Nein. Es hat eine Mediusmodel gegeben. Aber es hat jetzt nicht die Zerstörung verhindert. Wenn ich so drüber nachdenke, ja. Ja komm, dann mit dem doch. Wenn ich mal Monster behalten darf, ist das glaube ich sogar am meisten Sinn. Oder auch nicht, weil ich eigentlich den da benutze. Das ist schon irgendwo gut, aber auch nicht so hilfreich. Also naja. Wanken wir ihn auf. Kann er seinen Schnell-Effekt gleich wieder benutzen? Und das höchstwissen für den Land war ich nicht. Wie genau ist das gemacht? Ja selbst wenn. Das wäre eh nicht genug alte Karten. Von dem her. Auch. Er gibt auf. Er gibt auf. Ähm. Ist ihm bewusst, dass ich nur mit einem Monster angreifen kann? Weil ich kann nur mit einem Monster angreifen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn wirklich besiegen hätte können. Weil ich nicht weiß, was sein Followerplay geworden wäre. Ja. Ich muss sagen, unter Strich war das jetzt gar nicht notwendig, dass ich mir den anderen gebaut habe. Es sah nur mehr Intimidating aus, weil er jetzt 5000 Mote Karten hat. Aber ansonsten habe ich ja genau die Karte gezogen, die ich brauchte, um meinem Monster wieder Material zu geben, damit ich wieder arbeiten kann. Also von dem her. Das ist übrigens keine so geile Hand. Ja komm. Wir spielen den aus. Aktivieren seinen Effekt. Und werfen. Ich glaube der macht im Graveyard mal mehr Sinn. Wir treffen den hier ab. Und spielen dann den hier. Und nutzen wir seinen Effekt. Dann wären die alle bei der Stufe 8. Und dann beschwören wir den Galaxie-Augen Drachen. Hier in die Mitte. So. Dann fahre ich meinen Turn wir Ende. Mache ich da aus den Galaxie-Augen Drache Stufe 9, damit er einen Recursion-Effekt hat. So. Und weg damit. Ja. Ich nutze den Effekt im Spiegelritter. Ich glaube der macht am meisten Sinn, weil damit kann ich mir ja nochmal zweifeln. den zweiten Galaxie-Augen Drachen für den Fall der Person im nächsten Zug bauen. Das macht halt in meinen Augen am meisten Sinn. Weil wenn er meine Galaxie-Augen Drachen wegkriegt. Kann ich mir ihn wieder holen. Und. Also wenn er ihn quasi zweimal zerstört. Und. Falls er ihn nicht wegkriegt. Habe ich eine schnelle Möglichkeit mir wieder den anderen Galaxie-Augen Drachen zu holen. Falls ich einen Monster von ihm klauen muss. Oder. Falls es Sinn macht einen Monster von ihm zu klauen. Oder. Falls ich vielleicht einfach gucken will, dass ich genug Attack aufs Welt kriege. Was. Vielleicht möglich ist. Bin mir gar nicht so ganz sicher. Naja. Was macht denn sein Einfluss? War das sein Einfluss? Ich verbanne alle Monster die durchkampfen mit dieser Galaxie zu sterben. Ah ok. Oh mein Gott. Da möchte ich nicht gegen ihn kämpfen. Das ist wie dieses komische andere Galaxie-Drachendeck. Aber meins passiert ja mit den Cypher. Und hat deswegen halt auch quasi nur den Exit-Galaxie-Drachen den man mit den Cypher nachher beschwört. Der ist irgendwie pure Galaxie-Drache. Ich halte eigentlich auch nicht normalen Monster, was eine Galaxie-Drache ist. Aber das ist dann ein Protonen-Drache. Und meiner ist ja Galaxie-Obs-Cypher-Drache. Cypher-Klingen-Drache. Der andere ist der einfach nur Cypher-Drache ist oder... Keine Ahnung was die Lore dahinter ist. Er hat auf jeden Fall 3 Stufe 8 auf dem Feld. Also könnte er vielleicht auch in so ein Galaxie-Obs-Drachen-Cypher-Drachen gehen. Wenn er einen Deck hat. Was ist das? Wenn er einen Deck hat, dann könnte er meinen klauen. Dagegen habe ich keine Protection. Und dann könnte er mich mit meinen angreifen. Und ja... Könnte ihn dann aufhängen. Denke ich zumindest, dass das könnte... Ich pod das zumindest immer mit allem, was ich geklaut habe. Ich denke mal, dass es egal ist, was man klaut. Weil was man klaut, wird automatisch zu einem Galaxie-Obs-Dachen. Nur, er kann komischerweise nicht für den Stufe 9er verwendet werden. Und ich bin mir nicht hundertprozentig herum eigentlich. Er kann nur für eine Stufe 10er verwendet werden. Das Rang ist 8. Oh, ich glaube das ist das Problem. Der hier ist glaube ich mehr generisch. Es ist glaube ich egal, welcher Rang er hat. Ja genau, dem ist es egal, welcher Rang er hat. Aber dann sind alle 3. nötig, der Five-Gel, der Sie-Augen ist. Aber es ist doch immer das Vier-Augen-Ding ist. Auf jeden Fall kein Drache. Zerstörern hat gerade eine Regen nachkonstruiert. Aber, das finde ich ja nicht so nett. Da geht mal ein unducke die Sie-Augen ist einfach Drache weg. Und dann kommt ein neuer zurück. Aufs Feld. Ist das nur ein Summon? Ah, nein danke, das mache ich jetzt nicht in seinem Zug. Einmal pro Spielzirk, du kannst bis zu 2 ausrüst, das ist so egal. Einmal pro Spielzirk, ganz ein Material. Okay, es ist aber kein Schnelleffekt, das sollte jetzt nicht in meinem Spielzug können. Das sollte ich ihn eigentlich klauen können. Seinen Effekt werde ich nicht benutzen können, aber ich kann ihn klauen. Und ich meine, das an sich hat schon einen Haufen Value, was er seine andere Effekt hat. Einmal pro Spielzirk eines Gegners, oder? Diese Karte anfängt dann einmal. Okay, das ist ein bisschen mehr Riesen, er macht einen Soos draus. Das ist ein Schnelleffekt, oder? Ah, ja, das ist ein Schnelleffekt. Sobald er merkt, was ich machen will, tut er seinen Effekt sofort aktivieren. Was soll ich denn da jetzt dagegen machen? Gar nichts. In der fucking Ecke heulen wahrscheinlich. Okay. Okay, vielleicht ist nicht All Hope lost. Aber ich muss den so beschwören. Oder... Ich meine, der kann nur solange ein Cypher auf dem Feld ist. Und der ist kein Cypher, also muss ich ihn jetzt... Okay, wir beschwören erst mal den. Vielleicht macht ihn das schon so viel Angst, dass er den Soos aktiviert. Darauf muss ich jetzt mehr oder weniger hoffen. Obwohl, der kann das glaube ich immer wieder machen. Das ist glaube ich nicht einmal pro Spielzirk, oder? So. Shit. Er ist auf meinen Bluff nicht reingefallen. Spätestens jetzt wird er das aktivieren. Aber vielleicht nicht spätestens jetzt. Vielleicht will er mir noch weiter die Combo machen lassen. Keine Ahnung. Wie er das plant. Wie er das vorhat. Solange da ein Cypher auf dem Feld ist, kann er halt jede Minute das komplette Feld springen. Was mir übrigens wirklich äh... Etwas Kopfschmerz beim ersten bereitet, aber naja. Selbst wenn ich noch den Effekt aktiviere, kann er immer nur Sport springen. Oh mein, ich durvoneinander ist er drin, also kann ich jetzt nicht. Ja, jetzt mach das. Ja. Vielen Dank für die Glückwunsch. Was soll ich denn machen? Ich konnte Sensus nicht baiten. Ich hätte aber gar nichts machen können, aber... Da hätte er ja nochmal mehr Monster. Ich weiß doch eigentlich... Das wäre jetzt wirklich eine beschissene Situation. Wenn ich keine Ahnung habe, wie ich damit gescheit dienen soll. ... 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 ich nicht mal vor. So wirklich, wenn ich so drüber nachdenke. Damit kann er noch wen anders raus beschwören. Also vielleicht nehme ich den sogar zuerst. Da kann er mein Dingensmonster mit seinem Dingensmonster zerstören. Wir werfen jetzt erstmal Material ab. Achso, ich kann den nicht mal targeten. Okay, dann nehmen wir den. Dann wird er abgerankt zu dem 4000er. Der andere wird abgerankt zu dem da. Ich kann da sogar nachdenken sein Effekt aktivieren. Werfen wir den hier ab. Dann zerstören wir den da. Gut, dann machen wir Endphase. Er kann mit dem hier keinen meiner Monster zerstören, aber er kann den sein Effekt natürlich nochmal benutzen. Diese Karte kann nicht als Ziel. Okay, ja, ich sehe schon. Der beschützt sich selber davor. Er beschützt sich selbst vor Stealing. Ich frage mich, ob er sich den Effekt durchgelesen hat, weil der geht nicht weg. Nein. Weißt du was? Ich messe nicht damit. Ich mach zu den Twister und mach weg. Scheiße. Oh mein fucking goodness. Ernsthaft. Und nur das da. Ich hab das hier unten. Damit kann ich egal wen er irgendwie kaputt machen will beschützen. Okay, now this is the total protection. Okay, krass. Die Karte muss nicht offen sein. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Ich weiß nicht, ob er das weiß, aber... Moritz kann ich nicht, ob er sia und dann gleich die Hand zu spüren. Okay, Kloss, ich soll das nicht kurz reinziehen. Ich weiß nicht, ob er die Hand zu spüren. Das ist das nicht so gut. Pft. Das ist das nicht so gut. Das ist das nicht. Das ist die Hand. Okay, let's go. Okay, noch ein Sieg, dann habe ich die 15.000 erreicht. Den einen Sieg machen wir noch. Auch wenn der Gold 1 ist, also vielleicht verlieren wir auch. Schauen wir mal, was für einen Decker er hat, was er entdeckt hat, okay. Ich sehe auf jeden Fall schon Plays mit den beiden, also hier mit dem und dem sehe ich auf jeden Fall Plays, er benutzt Exodia, benutzt er Standard Exodia, benutzt er Neuvertragsuniverse? Weil wenn ja, dann könnte das sogar wirklich gar nicht so schlecht sein. Außer er hat jetzt was mit dem Utopia sofort Vertargeting protecten können. Ne, er benutzt ihn Neuvertragsuniverse und Heuzykotopia doppelt und er doppelt oder nix. Okay, also jetzt aktiviert er erstmal den Effekt von Weiser und sucht sich... Die Karte kenne ich nicht. Okay, Astraltopia setzt er jetzt. Ich weiß grad nicht, was ihm das jetzt unter Umständen bringt. Willst du noch mal ne Karte suchen? Ja, will er. Der ist gar nicht schlecht von der Protection, hier gibt doch gut. Mit Sexualvertrauen kann ich doch auch wieder was suchen oder nicht? Ich weiß grad nicht. Auf jeden Fall geht's doppelt oder nix wieder auf die Hand. Dann beschwörter Utopia doppel, äh, also Utopia. Normales Utopia, denk ich mal. Setzt doppelt oder nix verdeckt. Schnell-Effekt. Der Typ hat zwei Materialien, das könnte den nutzen. Okay. Ein Nummernmonster. Das ist schon 1 und 100. Ah, das ist ja sehr witzig. Nummer 9, 13, Utopia? Nein, Nummer 38, Hoffnungsverbot. Ah, hast du einen Schnell-Effekt? Du kannst ihn einmal pro Spielzeug, wenn ein Zauber-Effekt veraktiviert wird. Schnell-Effekt, du kannst den Effekt annullieren. Okay. Er kann einen Effekt once per Turn annullieren. Hast du noch einen anderen Schnell-Effekt? Ja, da ist auf jeden Fall die normale Utopia. Hast du noch einen anderen Schnell-Effekt? Jetzt muss ich mal wieder schauen. Ahn... Ne, scheint nicht so. Es ist wieder noch einen anderen Schnell-Effekt. Was macht's? Das ist eine Auslösung-Sauberkarte, oder was? Ach ne, er renkt sie jetzt auf. Oder was? Ja, er renkt sie wieder auf, okay. Utopischer Trage. Ahn... Kein Einfluss, kein Einfluss. Der hat auch keinen Einfluss in mir die Karte, also so keinen extra Effekt. Kannst diese Karte als Exit-Beschwörer. Einmal pro Spiesel kannst du ein Nummern-Monster... ...und der hat, glaub ich, keine weiteren Effekte. Oh mein fucking 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 goodness man. Soll ich tun einen Twister? Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt. Oh. Ich krieg aber nur 3 Stufe 8 aufs Feld und nicht fair. Das ist alles so schade manchmal. Twintwister. Eigentlich hieß es nicht, ob er für seine Karten und die da liegen sind nicht gut genug zum Twintwister. Also um Twintwister-Würfe zu machen. Die fallen, die da liegen. Ich muss sagen, ich muss jetzt mal fast schon testen, wen kann ich klauen. Wen kann ich alle klauen? Ich kann selbst den klauen. Okay, wir nehmen den. Wen kann ich alle angreifen? Ich kann den angreifen. Das ist die Utopia-Karte, die ich sowieso zerstören kann. Ich frage mich, ob die Ausrüstung jetzt noch gilt. Ne, das ist nicht mehr. Ich kann die Ausrüstung jetzt noch nicht mehr. Ich kann dir alle beides specialen, bringt mir aber beides nix, also von dem her. Ich könnte noch den sein Effekt benutzen. Sie waren alle targetable, also kann ich das wahrscheinlich sogar wirklich machen. Machen wir den hier weg. Kann er dagegen jetzt was machen? Kannst du Monster-Effekte annullieren oder was? Oder warst du der, der einen von Friedhof zurück specialen kann? Ja. 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 Genau, er kann nur mein Monster-Effekte fehl. Ach da ganz unten steht's. Wenn er der Effekt noch nicht gewehrt wird. Der hat diese offene Karte als Ziel wählt. Mein Gott, Alter. Ja, woher hätte ich das jetzt wissen sollen? Warte mal erst. Tschüss. Er kann beide crushen, wenn er will. Wenn ihm das wär das. Er kann sauber Karten anzulieren. Stimmt das? Mein Twinswister bringt nichts. Er kann also oder so anzulieren. Hä? Was ist das hier jetzt schon wieder für ein Effekt? Was ist denn Material? Ich ändere das Angriffsziel. Oh. Okay. Ich sehe schon, er boostet seinen anderen. Ja. Exit-Monster. Drei Effekte. Sie haben nicht immer drei Effekte, muss ich sagen. Aber das war damals so mein Hauptgedanke darüber. Einfach tonnweise Effekte. Und ja, bei manchen ist es wirklich wahr, weil das sind echt nicht gerade wenige Effekte, die da sind. Ja. Was soll ich machen? Ich kann Twinswistern, aber das hilft ja auch nichts. Sein Monster ist ja immer noch ein Monster. Keine Sauerkarte. Jetzt gehen aber beide kaputt, oder? Danke. Danke, zumindest passiert das. Ich habe aber aktuell kein Follow-Up-Play, also will ich ganz ehrlich gesagt hoffen, dass ich irgendwas ziehe, dass ich ein Follow-Up-Play habe. Das ist kein Follow-Up-Play. Ich meine, ja, ich kann das hier aktivieren, aber was zur Hölle, man. Ich kann nur meine eigenen Monster nehmen und... ...und... 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 ... Wen soll ich dann nehmen? In Stufe 9er Recursion-Effekt, da funktioniert er jetzt nicht mehr. Und er darf sich jetzt wieder einen aus dem Friedhof gönnen. Kann ich auch nichts gegen machen. Das darf er einfach. Fallenkarten kann er aber nicht anonieren, oder? Oh, kann der das überhaupt? Weil das war anders, denn Fallenkarten anoniert kann. Gut. Achso, Hauptsache er hat nochmal Tapial. Wirst du nochmal Doppel-Door nichts auf die Hand geben. Rangsteigerungs-Magie. Er will sich nochmal wehren, das neben Server. Er lässt er irgendwann eine Fallenkarte aktivieren, bevor er noch ein wiederversorgtes Rest nicht mehr kann. Ja, aktivieren wir jetzt sofort. Aktivieren sofort. Ich weiß nämlich, was er sich anhängen könnte an Leo, und da hab ich wirklich keinen Bock drauf. Ja. Eigentlich ist es scheißegal. Weil jetzt der Recursion-Effekt funktioniert sowieso nicht. oder den Umständen. Ah, Mann. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob er Material für den Recursion-Effekt braucht, oder warum genau der Effekt jetzt nicht mehr funktioniert. Weil er hat kein Ding jetzt auf sich drauf, also es ist nicht sowieso sehr seine Effekte annulliert. Also kein Plan. Ob der Effekt nicht mehr funktioniert. Ja. Ich weiß gerade nicht, ob seine Serverkarten an Leo noch auf dem Feld ist. Vielleicht hab ich das Monster schon entfernt, was die hatte. Ich glaub, der kann das ja nicht. Wie viel hat er nur springlich gehabt? 2500. Das wär nicht genug. Aktivieren wir den Twister. Cypher-Flügel an sich ist nicht genug, das ist einfach so. Wenn er das nicht mehr annullieren kann, dann halt er jetzt schon. Ja. Er hat keinen einzigen in der extra Monster-Zonde beschworen, also like... GG, man, ja. Vielleicht sollte ich auf den anhalten damit. Ja. Ich halt lieber auf den an, weil ich glaube, die Chance, dass ich nochmal so einziehe, ist geringer als die Chance, dass ich den am anderen ziehe, den ich rausstellen kann, wenn ich den normal beschwöre. Aber ich hab keine Ahnung. Aber was soll ich machen? Warte, was? Du musst ihn doch nicht normal beschwören, um das zu machen. Warum hat er den normal beschworen? Hat er jetzt irgendeinen Vorteil daran gehabt, dass ein anderes Monster weg ist? Kann er den Effekt nur machen, wenn ein Monster zerstört wird oder sowas? Wenn man so auf den Friedhof geht? Wenn man so auf den Friedhof geht? Ey, das scheint er am allgemeinen zu können. Das ist der, der Zauberkarten allieren konnte, glaube ich. Ah, gut, jetzt nicht mehr, weil er da keinen Effekt hat. Also ich küsse du trauen oder darüber. Naja. Tschüss. Ach, das war ein krasses Exodia Leine. Äh, Exodia Utopia. ist doch fast das gleiche exodia utopia ist doch dasselbe ist doch alles das exakt selbe ja ich hoffe wirklich dass ich nicht zu leise bin im video manchmal weil ich teilweise wirklich fast genauso laut wie die musik bin laut meiner ausgabe da an der seite ok 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 galaxy augen seifer drache ach naja zumindest ist dieses deck so ein bisschen eine frischung im vergleich zur elbditsch ein bisschen spaß es ist ja nicht so sinnvoll möglich weil das alles so viel komplexer alles ist naja wollen man kann sich nur ein budget deck bauen abend zumindest wenn man auch noch die fucking leidex nachbauen will wie ich dann wird schwer mit mehr als ein budget deck haben ok 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 nice dann beschwör mal dein blue eyes ein blue eyes ein blue eyes ein blue eyes zwei blue eyes drei blue eyes vier blue eyes nein die aktiviere ich vorher die kannst du nicht empfehlen die geht da jetzt rein und die kommt da auch nicht mehr wieder raus ja genau die geht da jetzt rein die bleibt da drin die kommt dann immer wieder raus bleibt in den galaxien klingen der galaxie augen seifer klingen drachen jetzt drinnen und beschützt ihn den muss sie jetzt dreimal zerstören weil er wegen seinem weg sowieso wieder kommt ach ja ich liebe es manchmal wirklich wieder eine fallkarte aktiviert ist das nicht toll ach zurück an die front haben wir auch noch aber ich weiß nicht ob er sie vorher zerstören wird bevor wir sie aktivieren können das werden wir sehen es ist wahrscheinlich hart am nachdenken wie er über mein monster drüber kommt mit 3200 was ein zerstörungseffekt überleben wird beziehungsweise eigentlich zwei weil dann nochmal der normale zurückkommt ich weiß aber nicht ob er das auf dem schirm hat er macht einfach endphase er macht einfach fucking endphase ja moment aber kann ich dann einfach direkt angreifen schnell effekt du kannst diese karte als tribut anbieten ich sag es mal so ich bin mir zu 100% sicher dass er das auf mein ding ins effekt chainen würde also greife ich ihn jetzt einfach an es gibt keinen grund warum er das nicht chainen sollte und warum er das jetzt nicht jetzt machen sollte genau genau blablur ist ja kein effekt im fliegdorf aber er kriegt jetzt einen anderen ähm sagen wir jetzt bitte nicht dass er irgendwas selber zerstören darf ok das ist ja krass und falls er durch karten effekt zerstört wird darf er alles von mir zerstören ja was zur hölle dann werde ich jetzt nicht mein galaxie augen drachen effekt benutzen weil das ist ein karteneffekt und klar hätte ich recursion oder ja vielleicht hätte ich es trotzdem machen sollen ich weiß es nicht ich frage mich gerade nur was macht er mit dem fänger wahrscheinlich will er nicht die empfänger weil sie empfänger sind das würde ihm nichts bringen wenn er sich zieht der köse ja so ist glaube ich nicht dass es ein exil monster gibt was sagt dass es mit empfängern gebaut wird Linkmonster handelt teilweise aber ich ziege monster globen nicht wieder einfach nur ein face ok was macht er jetzt Ich werde es einen harten Drachen geben. Okay. Also erstmal als allererstes aktiviere ich den Effekt von ihm. Lege mal den Galaxiedrohan selber ab. Okay, den darf ich nicht zerstören mit Effekt, weil der hat einen Effekt. Warte mal. Okay. Der ist jetzt weg. Sehr gut. Wenn ein. Das ist exakt dasselbe Monster, was er da schon liegen hat. Fällt mir grad zu kurz. Naja. Ich könnte zurück an die Front benutzen, aber like... Ich habe einen Friedhof und Target. Aber das war's dann auch. Und das würde mir nicht... Ja doch, vielleicht geht's da höher. Ja doch. 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 Das würde schon was geringen. Wir machen zurück an die Front. Wir packen ihn hier her. Er selber kann zwar nicht angreifen, aber... Ich kann ihn auch verhängen. Zu dem hier. Ich kann ihn auch verhängen. Zu dem hier. Und jetzt hoffe ich, dass er jetzt nicht mehr so viel machen kann. Ich habe zumindest zwei von seinen zerstört. Hätte ich den Effekt nochmal nutzen? Ne. Ich glaube, der habe ich grad schon benutzt. Oder der andere zerstört. Aber jetzt holt er sich wahrscheinlich die Alternativen, weil den kann er gleich wieder spielen. Oder? Oder holt er sich wieder den, der kommt, wenn er einen anderen zerstört. Wenn ein anderer zerstört wird. Blau EGKM. Okay, er kann den nachdem beschwören. Schnelle Effekt. Du kannst diese Karte auf dem Spiel wählen. Stack Mission, falls du das tust. Dann darf ich jetzt auch schon mal ein extra Deck. Von deinem Deck. Au. Darfst du zwei wählen? Wo steht das? Warte, Alter. Ja. Okay. Kann jetzt ihn zerstören. Er geht auch ganz weg. Von mir aus. Wenn du den Karte wieder auf den Friedhof schicken willst. Ich weiß grad gar nicht. Er hat eigentlich einen Recursion Effekt. Der passiert jetzt wohl nicht mehr so ganz. Aber egal. Er ist wieder da. Stimmt. Der Recursion Effekt könnte sonst gar nicht mehr passieren. Fällt mir gerade auch auf. Weil der andere ja unter dem hier ist. Mit dem Friedhof ist ja gar keiner mehr drin. Also hätte der Recursion Effekt sowieso nicht mehr passieren können. Jetzt überlege ich gerade, welche Karte könnte man zum allermeisten nutzen. Ich habe keinen normalen Cypher. Ich könnte den zum normalen Cypher machen. Und mir dann den holen. Die Zauberkarte macht vielleicht sogar am meisten Sinn. Machen wir die Zauberkarte. Oder kann er nicht getargetet werden? Ich glaube nicht. Es stünde zumindest nichts davon, dass er nicht getargetet werden kann. Warte mal. Aber der kann gar nicht. Okay. Dann ganz ehrlich. Wie viel Idee noch. Greifen wir jetzt einfach an. Vielleicht war die Karte nicht die Zauberste Idee. Ich hätte eigentlich gedacht, aber sehen, seine Effekte sind ja annulliert. Also kommt natürlich diese Frage gar nicht. Ich hätte... Ja, die Fallenkarte haben jetzt auch nicht unbedingt irgendwas gebracht. Ich hätte mir ja das andere Monster holen sollen. Dann hätte ich noch einen Dramen beschweren können. Oder hätte ich den seinen Effekt nutzen können. Aber naja. Wusste ich jetzt nicht so. Hat die ersten Effekte für Ithoff oder was? Wenn ja, dann will ich hoffen, dass sie was machen kann, um das zu verhindern. Ich habe nicht wirklich was, um das zu verhindern. Ah, doch habe ich es sogar. Ich habe jetzt drüber nachdenke. Ja, der hat ja auch noch einen Effekt. Ich habe ja ganz vergessen. Ja. Die Weißung steht ja auch nicht so im Netz. Sprich. Dann schauen wir den da. Hätte ich im vorherigen Zug auch schon machen zu können. Da habe ich gar nicht mehr Ahnung. So. 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 Ja. So. 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 Eins, zwei, wo ist der dritte? Ah, okay, den will ich noch nicht einsammeln. Bei den Schallplattenspieler will ich dann in einem meiner Videos wieder verwenden. Noch fünf weitere Fallenkarten. Okay, aber das wird hinhauen. Das werde ich definitiv nur schauen. Fünf Aktivierungen. Gehen wir in den Shop nochmal und schauen uns nochmal alles an. Nichts Neues, 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 nichts Neues. Ich möchte immer alles haben, ich bin so voll der Kollektor. Und ich finde es ganz gut, dass man ohne Echtgeld auszugeben wirklich alles kaufen kann. Also, außer Karten, aber ja, ist ja okay. Die Structure-Decks sind ja auch einen fetten Haufen Karten, wenn man so nimmt. Nur nicht unbedingt die besten, aber naja, muss man mal machen. Ein normales Pack. Packen wir nochmal 25, okay, machen wir noch ein bisschen Pack-Openings. Okay. Nichts Lötig, was auch immer das. Auch nix wirklich Besonderes. Auch nix wirklich Besonderes. Boah, so groß. Okay, naja. Ja, die Feuerprinzessin. Na ja, das ist eine schöne alte Karte. Die war, glaube ich, nie wirklich gut, also naja. Ah, der Riesen-Promold. Den erinnere ich mich auch. Dimensions-Kapsel, das ist cool. Ist ja eine alte Karte. Ah, Dupf. Oh, Rolltauer, ja. Körnwäsche aufheben. Das kommt mir irgendwie nicht so stark vor. In Kontrolle über alle Monster auf dem Spiel. Wer geht an ihre Besitzer zurück? Das ist ein bisschen sehr spezifisch. Du musst ja wirklich wissen, dass der Gegner irgendwas, also dass der Gegner sowas wie Gehirnwäsche hat. Oder halt irgendwas mit dem man klauen kann. Ich gehe mal davon aus, die Art und Weise wie ich klauen mit meinem Galaxie-Augendrucker kann man wahrscheinlich auch rückgängig machen. Die ist sogar permanent, aber ich glaube nicht, dass die ist. Ich glaube, das ist sehr spezifisch, weil du musst ja ein bisschen wissen, dass der Gegner solche Stealing-Effekte kommt. Selbst wenn... Weiß ich nicht, ob es wirklich so starken Männer hat. Wahrscheinlich nicht. Hauptsache, dass es nicht wirklich gut ist, ob es nicht gut wäre. Gib mir gefälligst ein Obelisk. Ich muss echt mal schauen, ob die Karten überhaupt hier in dem Kartenpool drin sind. Können wir mal machen. Kartenliste. Ähm, eigentlich wären das URs, weil alle Götter URs sind. Nein, die irgischen Götter sind hier überhaupt nicht drin. Ich kann verstehe, dass die Leute sagen, hier sind nur scheiß Karten drin. Weil alle was zur Hölle. Weiß ich, also wirklich. Das ist wirklich nicht so geil. Das wäre einfach so ein Regnen-Zeug. Dass man einfach schönen Retro-Karten kriegt, die damals mal gut waren. Oder halt so ein Blut-Wahnsinn halt einfach nur so Anime-Dinger waren. Oh, okay. Das ist doch voll der Gap. Weißt du, die ganzen Karten da drin sind redundant, weil man synchrone Einheit hat. Ähm, die Mahis da drin ist auch redundant, weil man das Deck sowieso für free kriegt. Genauso wie die Edus-Dare, die da drin sind. Die können wir auch nur für free. Weiß ich, was ist denn da drin? Es sind lauter Karten drin, die man eigentlich sowieso kriegt, wenn man die Story spielt. Ob die man gar nicht loshält, die ich immer von der Story kriege. Also ich meine, die kann man loswerden, wenn man die Story bekommen, aber... Irgendwie glaube ich, nicht so viel S-Raum natürlich kriegt. Was ist das? Wäre ja. Wow, das Deck war ja sehr besonders. Ich verstehe, es ist ein Special Effect nicht, der ist irgendwie so. Wenn er mal Utopic Drag Your Future oder so glaube ich hieß der. F0 Utopic Drag Your Future, glaube ich. Ich glaube, es ist der, der da hin und wieder kommt. So, so noch 5-packs. Und was das? Das war ja auch gut. Das ist ja auch gut. Wow, da war jetzt irgendwie nix drin. Ja gut. Gut, ich würde da mal sagen, bewerten für die Leute, die zuschauen im Video, bewerten nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal und ja, das Team ist ja auch zu Ende, tschö.